so hallo hier ist der fungamer hallo ending hat hier was feines erstellt der ball ist kleiner 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 und schneller und zehnfache bußgeschwindigkeit und schneller aber ich glaube es wird schwer ein tor zu ziehen obwohl der ball kleiner ist eigentlich ja sie kommen schon nah ans tor es ist so schwer zu erwischen weil der buch nicht so leicht das wird's nice den ist schön erwischt um aufstecken ja es ist schön was beide kann man sicherlich auch selber zerstören gegenseitig nein 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 eigenee 1 Der ist überhaupt kaum, Alter. Ah, der Boost ladet sich selber auf. Auch, ja, sehr schnell. Man kann auch Dauer auf Boost machen, aber das... Ich wollte nicht alle extra so... Das mit 10-facher Boost ist eh schon schwer genug, den Ball dann zu treffen. Und wenn er noch gerne ist. Und ich und Dominik haben gespielt, quasi, einen Würfel. Mit Ecken und ganz groß. Scheiß, die waren dann. Aber ein ganz großer Würfel ist doch gar nicht so schwer. Oder? Zu treffen. Naja, müssen wir... Können wir dann ausprobieren. Okay. Ja. Boah. Ups. Ist schon schwer so. Ich habe schon 10 mal davon auf. Oh. Boah. Boah. Jetzt hat er mich zerstört und du ihn zerstört. Oh. Alter. Der nächste. Boah. 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 O oh 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 wie schnell der auf der anderen ist oh hey der war auch gut drauf hm wohin ja ja der kommt gut oh ohne irgendwas zu machen bist der fuck alter wieder reingegangen so den hole ich mir jetzt oh also also ich habe einen geholt runter oh du musst dich eigentlich nur drunter stellen knapp vor das Tor oder du fliegst irgendwo hin oh 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 Der Ball ist so groß und ich fliegt vorbei, oder? Also fahr vorbei. Oida? Oh, 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 oh. Oh, oder? Das gibt's ja nicht. Uh, wir haben ihn nächstes Mal erwischt. Alter, wie lange spielt man da, dass der Ball reingeht? Ah, das war nix. Alter, der Boost ist abartig. Oh, das war noch nie passiert. Entschuldigung, ich fahr kurz weg. Was denn? Meine Chefin hat mich angerufen. Das ist mir noch nie ein bisschen zu erwarten. Tja. Ich darf morgen zwei Stunden später kommen. Das ist nice. Das ist nice, ja. So sehe ich meine Chefin hasse, aber das war nice. Ah ja, darf man nichts sagen. Darf man nichts sagen, überhaupt wenn wir aufnehmen. Ah, das war nur Spaß. Jeder ist dein Chef. Ab und zu. Ab und zu, ja. Sie ist nett. Dach deine Sieber. Sie ist es. Aber ich muss meine Verwägung schriften. Oh, 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 oh. Das heißt, es ist lieb. Es ist lieb. Ja, der Clown ist lieb. Oh, da bekam man bei so'n großen Ball, der dann vorbei ist, Jiggy. Ja, das frag ich mich auch oft. Aber siehst du, das ist schon schwieriger, obwohl er... Oh, er hat mich berührt, der Ball. Oh, der kommt nice. Nein, der kommt nicht nice. Der kommt, nein, nein, der kommt nicht nice. Warte, ich flank dann rein. Okay. Warte, es dauert noch ein bisschen. Ich fang dann rein, keine Sorge. Bleib in der Mitte. Nein, was ist mit ihm los? Warum ist er besser als ich? Oh. 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 Hey, Wolli-Treffer. Echt? Ja, hat er mir angezeigt. Ich dürfte den in der Luft berührt haben. Oh. Oh, scheiße. Aber da lernt man ein bisschen fliegen bei denen. Na, aber da musst du mit normalem Boost üben. Das wär ja eh gescheitert. Ja! Ja! Mach ihn! Nein! Entschuldigung. Entschuldigung. Das war schon so, ist alles okay. Oh. 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 Der war schön, aber das Ding ist schön gehofft. Warte, haben wir? Ja, warte. Nein, hat ein Eck geklärt. Oh Mann. Oh, ich will auch spielen lassen. Es ist schwer zu uns zu treffen. Oh. Oh, oh. Na was, eigentlich. Ja, nein. Was hat von da so aus gehört? Oh, nice. Oh. Alter, was war das jetzt für ein Boost? Oh. Er hat mich ausgespielt. Oh. Hast du mich kaputt? Halt voll knapp. Ja. Was? Jetzt der kommt. Sehr gut. Oh, Entschuldigung. Wir in die richtige Richtung kommen. Oh, oh. 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 Hier mache ich jetzt. Nicht, weil der sich in den Weg stellt. Warte, warte. Oh. Okay. Entschuldigung. Macht nicht. Ich habe gesagt, okay. Ich glaube, jetzt habe ich dich drauf mehr. Mann. Oh Mann. Ist aber lustig. Schau, Fallrückzieher. Dieses Fahrrad ist Fallrückzieher, was du siehst. Oben. Na na na. Aber ist gar nicht so leicht. Ich meine, jetzt ist die Schwerkraft auch da. Ist aber trotzdem. Nein. Nein. Oh, unverdient. Unverdient. Ich habe ihn aufklickt. Ich habe ihn aufklickt. Schau ihn an. Ah ja. Damals easy fiel. Hier bin ich nicht die anderen. Na gut, lassen wir es halt spielen. Na gut, Leute. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Ja, okay. Passt. Jetzt ist es wieder dran. Mhm. Jetzt machen wir das aber anders. War cool. Cool, cool. Aber da lernt man ein bisschen, ein bisschen was zu machen. Also so, jetzt habe ich auch mehr geschaut, dass ich ein bisschen fliege und so. Ja, jetzt stelle ich halt normal an. Das. Mhm. Aber mit solchen Bällen kannst du eben üben. Ja, wenn er ein bisschen zum Fliegen ist. Cool. Eine Idee gewesen eigentlich. Und man auch mal so zwischendurch zum Üben nimmt. Mhm. Wo man alles einfach anstellt, nur den Ball und das ein bisschen mehr abprallt. Mhm. Du musst darauf bereit. Entschuldigung. Kein Problem. Ich sag's ja. So, bereit. Backward Park Nacht. Sozusagen Night Games. Sozusagen Night Games. Hahaha. Scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Ob das so einfach ist. Boah. Weiter. Boah. 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 Oh oh. Boah. 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 Na, dreh dich um Fahrzeug. Boah. 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 Schade. Das hat er schick gemacht. Gute weiter. Oh shit. Oh. Irgendwie. Heißt, na aber siehst du, ist auch nicht so leicht. Auch wenn er mehr am Boden ist, aber. Oh, vorbeigefahren. Und auch wenn er groß ist, also. Weil das kann sogar mal auf die Ecke aufspringen. Ja. Ja. Wie ist der? Was für eine Parade. Oh. 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 Wenn er wirklich gerade eben war Okay So wie jetzt, wenn er so steht Wäre er erst reingang Aber jetzt Oder wenn man auch spielt Weiß ich jetzt gar nicht mit Auch so, weil er seht, dass er so abprallt Und so Oh der kommt nice Auflage für dich, warte Warte an der Mitte Oder bleiben sie nach Oh Sorry Oh der kommt Nein Nein, jetzt hast du ihn eingehaut Ich habe ihn noch raus gefischt Oh fuck Das war hauptlich zu viel boost Schau ich hab da gerade dagegen konnte, dass er Ein Stück raus geht Macht nix, macht nix Ja, dann wollen wir sie nach Oh Oh Ja Ja Wir dänzen alle aus Wir dänzen alle aus Wir dänzen alle aus Und noch nice raus geholt Und und Oh Oh nein Oh der wäre nice gewesen Angeber Ein Tor im Rückwärtsgang Ja so ist das Das war für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, Papa Outright